Liebe Gäste, liebe Innovatoren, mein Name ist Heike Werner von Niesen. Ich bin Mitveranstalterin vom ersten Deutschen Innovationsfestival. Und das Innovationsfestival freut sich sehr, in Kooperation mit die deutsche Wirtschaft, den Festakt Innovator des Jahres, auszurichten. Hierzu laden wir Sie alle recht herzlich nach Essen ein. Unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Armin Laschet, prominenten Speakern und tollen Gästen freuen wir uns auf zwei Tage voller Innovationen und Impulse. Lassen Sie sich inspirieren, motivieren und uns positiv in die Zukunft blicken. Ja, und ich freue mich natürlich auch sehr. Mein Name ist Jochen Werner, ich bin ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender der Essener Universitätsmedizin. Wir waren in zweierlei Hinsicht eingebunden. Zum einen werden wir ein Format ausrichten, das hat den Titel Zukunftsmedizin. Hier wollen wir Ihnen Innovationen der Medizin vorstellen. Was wird in der Zukunft möglich sein? Aber was gibt es auch heute schon, von dem viele von uns gar nicht wissen, was tatsächlich umsetzbar ist? Und zum anderen haben wir uns sehr viele Gedanken gemacht, wann sollte die Veranstaltung am besten durchgeführt werden? Und da haben wir gesagt, Sicherheit geht vor, deshalb die Verschiebung in den nächsten Sommer, in den Juni 2021 und hier ganz genau der 18. und der 19. Juni 2021. Ja, und wir freuen uns natürlich, wenn wir Sie dort an diesem Wochenende begrüßen dürfen. Bleiben Sie bis dahin gesund, alles, alles Gute und bis bald. Tschüss. Närm годın Stiglinge Liep Gute Liep Liep Gute